einen wunderschönen guten morgen mittag oder abend freut mich dass ihr wieder da seid herzlich willkommen zum nächsten video ich habe eine kleine bonus an voll für euch vorbereitet 13 spiele wurden es 800 euro war start wir gehen rein 5 wo sind scherz wunderbar zehn spiele hol ich 5 lines in letzter zeit immer müll deswegen habe ich mir überlegt kaum was gibt es als alternativ und dann ist mir der kleine goblin hier eingefallen haben schon lange nicht wirklich wie passt auch nicht wirklich zur jahreszeit aber vielleicht denkt er sich wir bringen den winter in den sommer mit big wins aber ich bezweifle dass er macht einfach wieder er macht 1 zu 1 5 lines nach von den gewinnen her kaum schon viel spiel haben wir noch einfach mit dem 100 x bonus starten in die bonus an wer doch schon mal vernünftig müll kaum schon der der boden los ja gar scheiße dabei gedacht 15 euro auf 80 cent gehen weiter so als nächstes pickel bandit pickel bandit naja bin ich eher gesagt auch nicht so cool muss ich ehrlich sagen aber ja er ging schnell rein vielleicht bezahlt der auch schnell gut mal gucken okay um dass der erste multi sehr gut die erste multi der zweite multi weiter 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 muss so ein bisschen was gehen drei multi und top okay viel hat ja sah nach mehr aus sah nach mehr aus der multi ist leider ein bisschen zu schwach aber besser als five lines kopie trotz dem müll ich bin hier los okay aflo king wir gehen rein wir brauchen jetzt die verlängerung schade wir brauchen jetzt connection mit wild mit den wild wo sind die berge wo sind die berge da ist der erste berg auch nicht schwierige wird auch nicht ganz schwierige slot nimm doch mal die verlängerung mit jetzt brauchen wir schon kleines wunder jetzt brauchen wir ein kleines wunder nur noch 1 bin dreier multi achten hier sage ich einfach nichts so wir gehen rein le bandit le bandit zu früh bis in der regen vor 10er connect noch mal vielleicht da gut wird eh nix bringen j ist noch mal da okay war immerhin ein paar fehler folge kriegt kein kessel mann okay aber jetzt schon mal die besten freispiele würde ich behaupten ja jetzt schon mal die besten freispiele bei le bandit du komm schon auch nein bitte verlängerung macht noch upgrade macht doch wenigstens dann noch upgrade vier freispiele dazu okay wird vielleicht fünf felder sechs felder gut noch mal okay die ersten 100 x freispiele die ersten 100 x freispiele komm schon letzter spin dann nimm wenigstens noch mal die felder neunziger okay das leer sind also bis jetzt hätte es wird die schlichteste bonus an so gefühlt was ist denn los aber egal auch den scheiß werde ich hochladen ich sage es immer wieder spieler bisschen gar nicht schaut die streams schaut die videos und falls euch gefallen ihr wisst was zu tun ist so gerne auf meinem zweiten kanal kostenlos abonnieren in der video beschreibung findet ihr den link wir sind das heute für ein mager quark ja okay dass sie werden glaube ich die schlechtesten der schlecht freispiele überhaupt wunderbar 2 euro 90 kann man nichts gutes drüber sagen haben wir noch ein paar spiele von daher mal abwachten tee trinken gut ich habe kein tee nix zu trinken sehe ich gerade bodenlos aber wir warten mal ab bieten brachen so kommen schon ich mag den echt ich mag den sogar ich habe den sortgen ich darf das dort nicht loben erst wenn er wirklich gut bezahlt okay wir brauchen jetzt einfach connection mit den wilds am besten alle nach vorne allesamt nach vorne nein das ist nicht nach vorne egal immerhin einfach connect einfach connecten dann gehen die freispiele bis morgen früh ist kein problem einfach connecten ja okay perfekt aber gut kleine multis aber egal für die multis aufzubauen sehr gut ja das ist zu früh der big win das zu früh der big win versteht ihr was ich meine 62er für den ich habe immer das gefühl wenn er früh eine big win animation macht kommt nichts mehr okay wir haben auf jeden fall eine safe connection leider nur ist okay ist okay einfach die multis nach oben peitschen eine walze nach links geht immer noch ein gut multi haben wir ja schon mal connection ist auch schon wieder da sind auch wieder perfekt positioniert muss man besagen aber der hätte schon knallen können wäre jetzt der drach oder so gekommen da wäre es auch mit den multi schon saftig geworden wir haben auf jeden fall 100 über 100 x und wir haben sehr gute multis bis jetzt jetzt bitte schon wieder eine perfekte okay komm schon ja 222 aha okay was für schlechteste bonus hat was denn 279 bis jetzt ne quatsch 413 was glaube ich da komm schon 50er da brennen die multis da brennen die multis einfach connecten ich ahne es ich ahne es obwohl wir haben die connection wir haben die connection ring ring rechts ring was wäre es gewesen am 400 ein gutes freispiel reicht immer in der bonus hat ich sag's doch hier unter 45 standard kick ist es heute wenn heck so kein bock hat was ist dann ist es dann wir haben alle 350er multis hatte ich schon mal hatte ich schon mal gibt es auch ein video von das ist eskaliert aber ich glaube das war es jetzt man kann es dort aber auch nichts ja ist okay ist trotzdem okay schade gut wenn du 350er multis hast damit auch eine connection haben aber ist nicht passiert ist nicht stimmt 858 allein das ist schon mal plus schmeckt so ok choosie futz multiholt an der stelle würde ich sagen kleines gewinnspiel im discord auch ganz spontan in der video beschreibung findet ihr den link ab jetzt kleines gewinnspiel für die schütte für den schönen hit macht gerne mit einfach in den discord reinkommen und dann erfahrt ihr mehr ok wir bauen wir brauchen grüne juwelen grüne juwelen ok wir haben ok ok wir bauen nur eine krone auf aber immerhin immerhin jetzt drei grüne diamanten wäre sehr schmackhaft aber der sieht schon mal nicht schlecht aus aber aber ok er hat ja auch connected durch das werden auf jeden fall 100 x aber keinen einzigen grünen diamant das muss man auch erstmal schaffen das muss man erstmal schaffen keinen einzigen grünen diamant letzter spin noch mal ein klingender wenigstens klingelt wenigstens aber sind auch nur die billig früchte naja immerhin immerhin über 100 x ist ok so die nächste hex aus dort hex aber heute nur bodenlos wirklich nur da gibt es nichts gutes drüber zu sagen habt ihr selbst gesehen vielleicht ändert sich das jetzt hier heute wird schwierig wird schwierig stack im sowieso bei mir denn jetzt oder was heißt in letzter zeit es geht ja schon seit längerer zeit das deck am du bodenlos zu mir ist ich hab dir so nichts getan herz 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 ja ok fünf stück war gut wir füllen uns nochmal komplett auf und jetzt weiter den multi nach oben peitschen einfach den multi nach oben peitschen multi ja 4 ist gut ok wir haben über 100er multi jetzt einfach gute connection mit dem x das ist keine gute connection 8 cent die will man jetzt nicht so haben einfach mal ein paar bilder einfach mal ein paar bilder das was connected komm schon guter multi ist da vernünftiger multi plus 10 naja komm schon ok wir füllen noch zwei herzen ok 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 20 cent 27 für den das hier tote vogel den brauchen wir auch nicht warum irgendwas gutes einfach mal ein paar whites mit daumen irgendwie sowas guckt euch mal die missau an guckt euch mal diese missau an wo ist dieses x das x einfach 1 drunter und es hätte geknallt unglaublich unglaublich na klar letzter spin für den multi schwach für den multi ganz schwach wir machen grad so 100 x ne nicht mal mit ja fast 100 x ey mit dem multi schwach schade ok als nächstes typen royal gold ich bin nicht ganz selten aber dann hat er heute schon mal gegönnt mit bieten vielleicht handelt sich heute offen genau wir wollen jetzt das gut das gut was er macht die von jetzt nur noch sieben und die kronen sehr gut nur noch kronen und dann gehen wir ins nächste level vom kronen einfach rein ohne kronen auf zwei gefehlt jawohl kronen haben wir sehr gut ok wir gehen ins nächste level ein großer gewinn was war dafür gewinnt zwanziger ok zwei freie spiele 3 am multi ok und genau jetzt noch mal so weitermachen ok ok connected einfach gar nichts mehr ah was denn die pisse sieben auf zwei oder kronen auf zwei kronen auf zwei oder kronen auf drei bar auf eins gibt so viele möglichkeiten jetzt kronen auf drei ja der zieht spät nach jetzt macht den kronen auf zwei komm schon kronen auf zwei schaffst du schade letzter spin naja die missau hätte doch kronen auf zwei machen können für die verlängerung naja der war nicht so gut wie biete bist schade so mit duser stone spiel ich eigentlich auch gerne warum spiel ich den im stream nie warum spiel ich den im stream nie ich weiß nicht so aber auch schwierig wir brauchen mit duser spins mit duser spins wo sind sie come on ist jetzt noch kein einzigen mit duser spin das wird schwierig ah ok er hat gar keinen bock anschein wow der erste mit duser spin hm beim letzten spin nochmal mit duser spin ja hier helm connected durch ist das was ist das was 42er naja naja trotzdem maga quack ok 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 jetzt hau nochmal einen raus hau jetzt nochmal ein raus web also eigentlich war nur biete bis gut biete bis so was war noch gut was war noch gut ja also so richtig richtig gut ich meine ist nicht diese diese freie spiele die grad so an denen an den 100 x gekratzt haben die meine ich nicht so richtig gut wird auf zwei schade schade mhm come on wald auf drei einmal wald auf drei bitte ja und jetzt wird es schwierig wieder jetzt wird es ganz schwierig ok jetzt wald auf eins bitte wald auf eins wäre schon mal ein bisschen was nein schade schade ok und jetzt k oder wald auf zwei wir kommen langsam in die multis rein wo es interessant wird ja ok connection ist da jetzt auf zwei komm schon gut multis doch da mit dem man arbeiten kann ist doch da auf zwei mann ja typisch 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 web da ok wir sind leider schon beim letzten spiel druckers bild aber bis jetzt bonus hand sehr gut würde ich mal behaupten hinterlasst gerne darauf ein daumen nach oben wird mich freuen und ähm gerne auch ein kommentar das wird mich unterstützen so wo sind die jokers wo sind die jokers zum schluss noch kein einzigen mit multi drauf vielleicht jetzt vielleicht jetzt oh wow wunderbar die also ich fand früher joker split mega geil in letzter zeit haut der haut der keine guten jokers mehr rein irgendwie was multis angeht und keine gute connection nichts mehr der war deutlich besser der war mal deutlich besser so jetzt kommen die jokers raus aber wie gesagt wir haben keinen mit mit dem multi ja immerhin bleiben welche ok zwölf stück ja da unten die retten nochmal weil sonst wäre keine connection da gewesen ok come on come on weiter 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 ah die kronen connecten ok so wenig kronen wenig kein guter hit aber ok 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 der wird gut weil wir haben jetzt komm schon wir haben gute multis wir haben vernünftige multis sagen wir es mal so und es connectet nur da unten die zwei jetzt haben wir viele jokers jetzt haben wir viele jokers jetzt haben wir viele jokers komm schon weiter 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 ja ok komm schon ein potenzial ist brutal potenzial brutal und schmatter dann legen es die jokers an die müssen nochmal rauskommen kronen connecten nochmal nee kronen connecten nicht mehr letzter spin komm alter hätte die jokers nochmal raus geholt da wäre eskalationsstufe da wäre eskalationsstufe angebracht aber 160 trotzdem nochmal ein guter abschluss für die bonushand bei jokersplit ich bedanke mich den kaufen wir nicht auch wenn es verlockend ist nee den kaufe ich nicht ich befalle damit nur auf die Schnauze aber ey über 700 plus ich bedanke mich fürs zusehen hinterlass noch gerne wie gesagt kostenlos ihr wisst was zu tun ist bis zum nächsten mal bleibt gesund schönen Tag schönen Abend oder whatever bye bye ciao ciao